in die kampfrichtung und ein Schein So, wie kann man das machen? So. Dann? Es geht gleich. auf der seite gehen ist nicht okay wir sind nie gerade festgehalten nagel ist eh verrostet was soll da passieren meine höhlenspinne wo ist ein schöner großer abfluss lagerraum Das wird der Mannschaftsraum hier gewesen sein, der Gefechtsraum. Mit Betonplomber verschlossen. Das war dann der Lagerraum für die Munition mit dem kometen Boden. Das war es dann schon wieder. So, und dann schauen wir mal weiter.